Ove Schattauer, alias Cerebellum, die Stimme der Liebe, ehemals die Stimme des Zorns, möchte euch ein besinnliches, friedliches Weihnachtsfest wünschen im Kreise eurer Liebsten. Genießt diese gemeinsamen Tage, streitet euch nicht, seid gut drauf und erfreut euch an den Dingen, die ihr jetzt noch habt und haben werdet, denn wir leben in seltsamen Zeiten und können nur hoffen, dass es besser wird, aber es gibt ja den Spruch, die Hoffnung stirbt niemals und so sollten wir rangehen an dieses Fest. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, rutscht in ein gesundes, friedliches neues Jahr und wir sehen uns alle spätestens 2024 wieder.